Moin, moin und willkommen zurück zur nächsten Folge von Traffic 2, die Nacht des Raben und jetzt müssen wir uns erstmal mit diesen ekelhaften wirklich ekelhaften Alter, warteilten wir hinaus, also Ah, ich hab ne böse Rüstung an Warteilten wir, Alter, da waren ja die Zombies What? Dafür nehmen wir jetzt eure Köpfe mit Ekelhaftigkeiten, ey Ähm, gut Zack, nice Naja, stimmt Ich weiß nicht, wo die für gut sind, aber Naja, ne Wir sind noch mehr Irgendwo Naja, aber Wie viele Pfeile liegen wir in den? Brauchen wir die eigentlich? Oder war noch irgendwas anderes, ne? Schwarzes Erz? Schwarze Perle? Oder was lag da? Okay, den Pfeil Puh, Pech Ne, wir wollen jetzt runter hier Ins Tal Schauen wir mal Was ist da so erwartet? Ich glaub das mit Der schwierigste Teil Aber der Canyon ist auch nicht schwer War ja auch nicht gerade lang Wenn wir da ein Orcs Ne? Und wir sind Irgendwo im Drain Nichts Da ist nichts zu Okay Oh, geil Und hier ist ein Snapper Aber Snapper Müssten wir eigentlich auch Schaffen Haben wir ja auch in der einen Snapper-Folge gemacht Wo wir die Viecher in Corinnes gejagt haben Hinter dem Äh Durchtum So, komm mal ran Oh, das sind zwei Das geht Oh Wenn sie im Fokus bleiben würden Trank Wir haben hier das Nichts zu plündern Schade Ey, wir hätten echt Vorher nochmal lernen sollen Wie man Hier die Viecher plündern kann Weidenbeere Koppelnbeere Wär jetzt besser Weil Dafür würden wir Geschicklichkeit Kriegen Was? Oh, scheiße Oh Kletter hier hoch Nein, kletter doch Kletter, was machst du Ach du scheiße Das sind Orkse Gut, dass ich Vor der Aufnahme nochmal gespeichert hab Ach du scheiße Dann sind Orkse Wie machen wir die platt? Wie kommen wir An den Orks vorbei? Da müssen wir gucken Da müssen wir versuchen Um auf das Gebäude zu kleckern Ja, ist doch gut Hallo Hier ab Hier ab Äh, da müssen wir Wahrscheinlich gucken Um das Gebäude Da hochzukommen Und dann mit Ein Zauber Oder sowas Dann sollten wir Echt versuchen Mit einem Zauber Die Viecher Platz zu machen Weil so Habt ihr ja gesehen Da hat man nicht viel aus Also schon Ruf das Was machst du denn? Hallo Bitte einfach sterben Das wäre sehr nett Waldbeere Nehmen wir mal mit Okay, da hinten ist Ne Hütte Hier waren wir Die kleinen Snapper Die sind zum Glück Ja nicht so schwer Natürlich Natürlich Da ist er Natürlich Alter, was ist denn los? So Ja Ist sie verbuggt Hm? Ähm Auf jeden Fall Versuche ich gleich Da auf das Äh Haus zu klettern Haben wir überhaupt noch Passenden Zauber Dabei? Das weiß ich jetzt Gar nicht Irgendeinen starken Zauber Angst Kleiner Feuersturm Großer Feuersturm Ja, wir hätten Okay Wenn wir da oben stehen Könnten wir Goblin Skelette Beschwören Aber ich speichere mal kurz Da müssen wir das nicht Gleich wieder von vorne machen Und uns da mit den Viechern Plagen Also kann ich hier Runterspringen In Gefahr So Wenn wir jetzt nämlich Da weiter gehen Dann kommen dann sofort Die Orks Und dann versuche ich mal hier hoch zu klettern Weil die Orks Ist ja das lustige Die können ja auch hier so klettern Ne? Habt ihr ja gesehen Nein Kommen wir hin Nicht weiter hoch Das ist jetzt echt scheiße Komm schon Du musst doch hier hochklettern können Junge Weil ich weiß nicht Wie wir das sonst machen sollten Mit den Orks Oder wir gehen erstmal Um die Orks herum Aber Ich denke mal auch Dass wir da lang gehen müssen Jetzt wo die Orks Sich da tummeln Aber das ist halt scheiße Das ist mega doof Hier kommen wir aber wenigstens Hier kommen wir hoch Ja, das ist gut Wenn wir jetzt hier so Ne? Können wir jetzt hier so Gut Nice So, dann können wir das mal Da unten sitzen Boah So Da haben wir uns jetzt mal Hier Ja Genau Guckuckuck Oh, Krieger steht da hinten Kriegen wir den da unten? So Was ist, wenn wir jetzt hier Okay Ähm Dann holen wir Warte Ey, der will hier hochklettern, ne? Nein Nein Du kommst hier nicht hoch, mein Freund So Zeig mal, was du drauf hast Golem Schafft der Golem das nicht? Schafft der Golem das nicht? Hol sie dir Hol sie dir Alter, mega der Fight hier Das ist richtig krass Schweineviecher Wir könnten noch ein Also Also Na Haben wir jetzt angefangen Und da müssen wir jetzt auch zu Ende bringen Ach ja, da wurde die nicht so Acht Ja, klar Versucht er da? Hilfe So, oder Ähm Ja Mein Freund Wie geht's dir da unten so? Ähm Warum kann ich dich nicht anvisieren? Das hat nicht getroffen Vier Ne, äh Das ist leichte Wunden Ach, ich doofkopf Das ist doch hier auf der Vier Oder hab ich auch die Fünf Oh, ich hab auf die M5 Klickt Wo ist der Ork? Wo ist der Orkse? So, den könnten wir jetzt echt finishen Mit der Armbrust Ich weiß, spannende Folge Tut mir auch leid Aber Ist jetzt nur noch einer? Den müssten wir doch auch jetzt Ähm Mit dem Rapier finishen können, oder? Alter Was hier alles rumliegt Alles tot Haha Wer ist das? Geil Nice Okay Der ist gestorben Wir speichern Juhu Rostiger Zweihänder Okay Das wird jetzt doof Oh, der Ork kriegt gerade einen Heiltrank dabei Und Bolt Okay Oh Eine Truhe Kriegen wir die auf? Ja, die müssen wir knacken Links Äh, rechts Steintafel Naja, stimmt Ähm Die Sprache Sollten wir auch noch lernen Damit wir die stärkeren Spruch Nicht Spruchrollen Sondern die Tafeln lesen können Von dem alten Volk Na, dann müssten wir jetzt eigentlich die Sprache Der Krieger oder der Gelehrten Ich wusste es gar nicht Ich glaub, Stufe 2 können wir auch schon lesen Stufe 3 können wir noch nicht lesen So, wir kloppen jetzt mal kurz den Ork hier Ach, spring ruhig runter in den Tod Das geht Oh, da oben steht ein Typ Der greift uns doch bestimmt an Weil wir die Manditenrüstung haben Deswegen gehen wir hier noch nicht lang Aber das hatten wir jetzt hier schon mal gecleared Aber ist da dann Mhm Genau Ähm Und wir gehen jetzt auch mal hier lang Fürs Erste Aber wenigstens können wir dann hier auch in Ruhe langgehen Da liegen hier vielleicht noch ein paar Versteckte Sachen rum Ja, irgendwie nicht Ist uncool Naja Da oben ist ein Troll Ein Snapper What the fuck Es ist ein gefährliches Tal auf jeden Fall Ja, das stimmt Gut Ich hab Angst vor dem Mongo da oben Naja, wenigstens Können wir im Abstand vorbeilaufen So, hier oben sitzen ja auch noch welche, ne Und da bricht alles zusammen Vor unserer göttlichen Macht Ups So, dann schauen wir noch mal hier Heilkraut Feuerkraut Okay Sonst war hier nichts, ne Anspruchsvolles Ne Gut, da steht noch ein Troll Müssen wir mal gucken, ob wir den, äh Loswerden können Aber wir könnten eben kurz mal die Zerbe wieder So, leichte Wunden heilen Ach, kein Mana Wärte das gedacht Jetzt haben wir Mana Das sieht so cool aus Einfach nur durch den Mod Sehr schön Und jetzt kommt diese Ey, ich hab's gleich nicht Was? Heilwurzel Oh, nee Kein Zauber Scherb Weißt du, kommen wir zu Okay Goblin Super Hier sitzen Goblins rum Was haben wir hier? Noch eine Weidenbäre Und Nee, da wollten Ah, da sind sie doch schon Haben sie schon Ankur gezogen, ne? Ja Dann kommt mal ran Freunde Haben die Gold? Die hatten glaube ich auch Gold und sowas dabei Ein Fisch Aber Ich hasse das Dieses Im Runden War schon im ersten Teil Nervig Als wir da die Diese Höhle Sollen mussten Um den Alma nachzufädeln Da waren ja auch die ganzen Scheiß Goblins Die schwarzen Also die schwarzen Goblins Ich dachte, was knistert da gerade Gucken wir mal Links Links, rechts, links, 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 links denn noch? Was schauen wir denn noch? Was haben wir denn hier noch? So. Von hier oben kommen wir. So ein Tempel und... Na, bitte. Lederbeutel. Und auf unten ein schönes Kreuz. So. Können wir mal gucken, was das so drin ist. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Noch ein Trank. Noch ein Trunk. Ja. Hat einer Trink verbuddelt. So. Da unten sind noch Ruinen. Da können wir auch noch mal gucken. Und da müssen wir... Ja, wir müssen auf jeden Fall an diesem Typen vorbei, der sich da die Hütte gebaut hat. Denke ich mal. Guck mal. Hier sind noch nette... fleischige Wanzen. Was haben wir denn da? Da kommen wir aber nicht rüber. Ach, scheiße. Golem. Oh nein. Mein Sumpf-Golem. Von hier kommen wir da niemals rüber. Von da oben. Aber ich denke, wenn wir jetzt... Auch mit Akrobatik... Wenn wir versuchen, von da oben rüber zu springen, dass wir dann einfach sterben. Naja, müssen wir mal gucken. Kommt man da mit dem Verwandlungszauber rüber? Wenn man sich in ein schnelles Vieh verwandelt, was springen kann? Zum Beispiel... Oder wenn man sich da in einen Snapper verwandelt oder in einen Wolf? Naja, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall gucken wir jetzt erstmal, dass wir den... Ob wir hier den Golem kaputt kriegen. Oh Gott, das wird nervig. Jo. Oh, der ballert uns so weg, ey. Wenn er uns einmal trifft. Haha. Wo stehst du denn da so? Steht der denn da so? Das ist eine Taktik, ne? Wenn ich da jetzt hingehe. Feuerfall. Und wir beschießen ihn nochmal einfach mit Zaubern. Alles klar. Jetzt habe ich irgendwas geheilt. Nämlich wollte ich auch. Ne, Licht. Blitz. Kein Warnung mehr. So, aber ich speichere trotzdem... Hier. Und wir probieren... Ne, nicht mit einem Zauber. Sondern weiter mit unserem... Dürfen wir uns echt nicht treffen? Was denn, ey? Der macht auch so eine... Geschissene Taktik. So viele Steinwächter. Einfach mal bestehen. Und dann, ähm... Einfach... Loshauen. Wisst ihr, wie ich das mache? Das Problem ist... Äh, wenn der uns trifft... Er zieht uns halt voll viel ab. Und, äh... Ballert uns halt... Über die halbe Karte. Und wenn wir Pech hätten... Hätten wir uns... Hätte... Wir würden uns auch hier runter schmeißen können. Sozusagen, ne? Weil wir in die falsche Richtung geflogen wären. So, haben... Wo rutschst du denn hin? Zu klettern? Hallo? Was haben wir denn hier oben so schönes... Tranken? Und du Bartachst? Haben wir noch Geschenk bekommen? Zum Kuchen. Zum Kuchen. Oh Gott. Da sind doch bestimmt Steinwächter oder sowas drin. Nein, Zombies. Also sind wir bei den Totenbeschwörern, wa? Okay. Und wie es hier weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Gothic 2. Die Nacht des Raben. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin.